Das Jagen des Lichts, das ist eigentlich meine größte Leidenschaft. Das mache ich nicht, weil ich das machen muss, sondern weil ich nicht anders kann. Ich liebe das, was ich mache. Goldenes Licht und blaues Licht, also blaue Stunde, goldene Stunde. Das ist das wichtigste Licht überhaupt. Die Zeit, wenn die Sonne tief steht, das ist auch die Herausforderung dann für die Kamera. Für mich als Landschaftsfotograf ist es von Vorteil, dass ich mittlerweile 90% der Breite des Bildes als Autofokusfeld zur Verfügung habe. Der Sensor sitzt auch näher direkt am Objektivrand. Das heisst, vor allem die Randbereiche dieser Objektive sind einfach komplett scharf. Ich halte die den ganzen Tag. Die muss nicht mehr in den Rucksack. Das heisst, die ist in meiner Hand, die ist klein, die ist leicht. Ich kann damit rumrennen, wie ich möchte. Sie ist nie im Weg. Und das unterstützt meine Art der Fotografie. Ich gehe mit dem Licht. Ich warte nicht auf das Licht. Ich gehe mit dem Licht.